Einmal habe ich mir gedacht, dass... Hey, Olli! Was ist das? Olli! Was ist los? Was läuft denn? Anastasia! Hast du Angst? Olli, ich mache mir Sorgen! Waaaaah! Das war's. Danke, das war mal wieder echt ein geiler Tag. Ich hatte nichts und keiner fragt, jetzt sag mal, willst du das? Nein, 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 nein. Schrei, bist du, du selbst bist. Schrei, wenn es nicht lässt ist. Schrei, auch wenn es will, du treibst, du laufst kannst. Schrei, bist du, du selbst bist. Schrei, wenn es das Letzte ist. Schrei, auch wenn es wehtut, treibst du laufst kannst. Schrei. Pass auf, Dratenfänger lauern überall. Folgen dich und greifen nach dir aus dem Hinterhall. Versprechen mir, alles, was du nie geträumt hast. Und irgendwann ist es zu spät und ernsthaft. Nein, 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 nein Und jetzt kommt deine Zeit Lass sie wissen, wer ihr wirklich seid Nein, weil du selbst bist Nein, weil es das Letzte Nein, weil es das Letzte Triebe laut, nein Nein, nein Nein, nein Nein, nein Triebe laut, nein Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Danke schön! So und jetzt wird es Zeit